Wenn du jetzt gleich unten bist, du stirbst, ja? So schnell warst du jetzt aber nicht unten, oder? Doch. Und ganz oben. Ne, ich, okay, ich war nicht ganz oben. Los, kleines Männchen. Geh nach ganz oben. Wie weit ist es denn noch? Lol. Okay, zoomen mal ganz raus bei der Map. Das ist echt krass, wie weit wir unten sind. Ich komme, Ricardo! Alter, wie krass weit das ist. Ui, ui, ui. Und ich bin gleich da, ich bin gleich da. Oh, yeah. Du bist so doof. Oh, mein Gott, geil. Oh, Willi. Oh, mein Gott, wie geil. Unter uns ist ne Qualle. Unter uns ist ne Qualle. Unter uns ist ne Qualle. Ach so, deswegen siehst du, dass du, äh, hast ja nen größeren Bildschirm als ich. Ja, kommt's hier wirklich auf den Bildschirm an, jetzt ernsthaft? Ja. Ist ja kacke. Also ich se- Guck mal, hier geht's weiter, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Ach cool. Ey, sind wir so geil. Direkt rausgefunden. What? Okay. Dann lass mal hier runterbuddeln. Jetzt, jetzt gehst du genau in die Qualle rein, ja? Jo. Okay. Ja. Teamwork for the win. Moment. Kledermaus. Wo denn? Tot. Wo denn? Ach so. Ihr ist tot. Alter, Willi. Alter, Junge. Bitte, hier nicht. Ich hab die Druckplatte weggemacht, ne? Wir sterben jetzt nimmer. Wo kommt denn hier ein, wo kommt denn hier ein, ein, ein Stellrumpter? Nein, ich will nicht runterfallen. Wo kommt hier was? Wo wäre denn, wo, 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 wo kommt denn hier ein Stein runter dann? Kurzer Moment. Da oben, siehst du den? Nö, ich seh grad nichts. Hier oben bei mir. Da ist doch kein Stein. Doch, da oben, der rollende Fels, der da oben ist. Aber bist du blind? Gerade schon. Da oben. Da oben, das Ding. Da ist bei mir nix. Ach, Willi. Ach, da, da ist es ja. Ach, Willi. Werf die Granaten rein. Ne, ich will die Bombe werfen. Dann werf die Bombe. Ich nehm das Kopfhahn mit. Dieses Spiel, das gefällt mir doch zunehmend immer besser. Da unten platzt irgendwas. Ja, ich weiß, das macht mir Angst. Wir sollten ganz schnell hinbauen, dass wir ganz schnell erfahren, wo es hingeht. Boah, ich freu mich schon auf den Jungle, ey. Da unten ist noch, unter uns ist noch mehr. Unter uns ist noch mehr. Wie siehst du das denn? Ich hab hier ein Sichtfeld, dass zwei Blöcke weiter geht als ich. Warte mal, ich drück jetzt mal auf 9 hier. Nö, das bringt mir auch relativ wenig. Wie viel hier einfach nur ist. Oh, ne, Spinn-Cave. Quatsch. Nö. Das war nur eben die Area, wo uns getötet hat. Alter, nein. Ich hab so Angst gerade. Alter, Junge. Da ist eine Kiste. Kiste. Löst bitte nichts aus. Webslinger. LOL. Wie geil. Ich will's haben. Ich will's haben. Ich will Spider-Man spielen. Ich will's haben. Das ist ein Enterhaken für Arme. Ne, das ist... Willi, das ist ein neuer Enterhaken. Wie geil. Ich will den haben. Oh, Willi. Willi, 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 Willi. Ach, schocken, schocken, schocken. Renn, 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 renn. Da ist noch ne Spinne. Scheiße. Ich bin down. Oh. 12 HP. Ne, ich komm nicht mehr raus. Hilf ihr. Okay. Webslinger Enterhaken. Alter Schwede. Kacke, verdammt, ey. Alter. Vater. Okay. Erstmal inventar auf... Wir haben's ja schon. Leute, wie geil das Ding ist. Das ist besser als Ivy, Wip. Ich will auch mal... Krasser Scheiß. Warte. Muss ich das irgendwie ausrüsten? Du kannst... Ne, du kannst auf... E ist der Shortcut dafür, eh. Huh? Spider-Man! Scheiß Spinnen-Cave ist schon wieder da unten, ey. Mach ich die anderen... Fuck. Kann ich die Dinger auch irgendwie wieder wegmachen? Ja, drückst du, äh, äh, Leertaste und dann kannst du wieder normal machen. Jetzt ist schon wieder so ein Spinnen-Cave. Nein. Okay. Ich hab nur leider das Problem, dass ich, äh, meine... Kann ich die Steuerung irgendwie... Ne, kann ich nicht umstellen, ja. Nur im, äh, Hauptmenü. Dann muss ich das nächstes Mal machen. Hier hast du's wieder, weil ich hab die... Ich hab auf E mittlerweile mein Inventar gelegt wie in Minecraft. Das hab ich auf Q. Da hab ich das relativ wenig gerade, wo ich das benutzen kann. Deswegen... Bitteschön. Ja, damit. Ist doch geil, oder? Ich kann's nicht mehr rauswerfen. Doch, da ist es. Nimm's dir. Lass mal hier weiter runterbuddeln. Mach hier die Rope. Okay, also wir, wir buddeln uns jetzt hier so langsam, weil... Aber ne, schon wieder so ein Dreiergang, wie die, ne. So viel Arbeit, so sind wir schneller unten. Okay, dann machen wir zweier. So, Moment, muss noch die Rope machen. Ey, ich buddeln einfach die ganze Zeit weiter. Oh, ne, da sind wir schon wieder. Vorsicht, von unten, von unten, ich hab da unten gerade Spinnen gesehen. Scheine aber noch ein bisschen weiter weg zu sein. Oh, da unten sind ganz schön viele, ganz schön viele, ganz schön viele. Vielleicht tun die dir ja jetzt ja nix. Ja, die guckt mich an und lachen dann mit mir, gell? Toll. Das war ne Larve. Oh, die kommen hoch, Willi. Machst du bitte zu? Bleib da ruhig, bleib da ruhig da stehen, machst du bitte zu? Dann lass mal hier weiter buddeln. Unten rechts ist wieder ne Qualle. Hier oben, pass auf, da kommt ein Monster runter. Da ist ne Spinne noch, ne? Alter, Junge. Ah, Mann. Null zumachen. Nee, lass doch auf. Willst du gegen die Spinne kämpfen und gegen das Skelett? Ich komm doch so nicht dran, oder? Die sollen mal herkommen. Lass mal, warte mal, warte mal. Bau mal jetzt nicht über uns zu, bitte. Ich hab Angst, Willi, ne? Die kommen jetzt... Das Skelett kommt auf... Die Spinne kommt, glaub ich, auch durch. Aber so haben wir wenigstens so ne Art Filter von beidem. Oh, shit. Alter, der Damage, ey, Wahnsinn. So schlimm warst du gar nicht. Es war zwar knapp, aber es war nicht schlimm. Lass weitergehen nach unten, da geht's weiter. Was hab ich denn jetzt hier? Was hab ich denn jetzt hier? Warte mal. Krankheitstrank. Kann keine Halt-Items mehr verbrauchen. Okay. Gut zu wissen. Oh, das ist immer noch Spinnen-Cave. Hier ist Gold, Willi. Schön, dass du das alle siehst. Ich seh's nicht. Oh, mein Gott. El Carfos is so grossos. Was sagst du denn überhaupt zu der Tatsache, dass der Pete's Meat Burger jetzt schon zum zweiten Mal verlängert worden ist? Boah. Also ich muss sagen, er schmeckt mir richtig gigantisch. Also ich mag ihn wirklich... Erstmal hier raus, Willi. Oh, die hat keines so lange Reichweite, Mist. Warte, ich helfe dir. Warte, ich helfe dir. Warte, ich muss nur gerade hier kurz rauskommen. Lol, hier sind auf einmal zwei Piranias gewesen. Geh nochmal bitte hier hoch, wenn du nochmal Bock da drauf hast. Dann kann ich dir nämlich... Also ich denke, wenn ich die Ivy Whip hab oder einen Duel-Haken... Lol. Äh... Dann könnt ihr das da haben. Die Reichweite, die ist mir... Die ist mir groß genug. Ich stelle mich nicht zufrieden. Hier ist wieder so ein typischer Bereich für deine Fallen. Aber ich seh keine Druckplatten gerade. Höhlenschleim. Höhlenschleim, die machen dich blind. Oh, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Wie, die machen mich blind? Achso, für zwölf Sekunden. Okay, ich warte dann mal kurz hier. Oh, Gold. Achtung, Fledermaus, Fledermaus bei dir. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Okay, ich hab's überlebt. Drück ich doch mal H. Wow, was hab ich denn jetzt gerade gewundert? Das hat mir übelst viel Leben zurückgegeben. Das war ein bestimmten schwacher Heiltrank. Der gibt 50 live. Ich würde gerne da hoch. Ähm, jo, Moment. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab grad ein bisschen Schiss. Ja, genau, Ricardo, der alte Skill. Ich geh ja nicht weiter runter, das Ganze aber knicken. Äh, Willi? Ja? Willst du nicht mal da unten in das Wasser reingehen? Soll ich dir zeigen, was dann passiert? Ohne Spaß, ich hasse die Dinger. Warte mal, ich lass mal Wasser ab. Bisschen jedenfalls. Ja, ich schlängel mich nur hier ein bisschen durch die Gegend. Auf der Suche nach einer Kiste. Aber hier ist einfach keiner. Mann, ich hab so das Gefühl, dass die goldenen Kisten so verdammt selten geworden sind. Ja, vielleicht sind sie das ja, weil sonst werden sie ja auch nicht als goldene, oder nicht? Nee, goldene Kisten gab's vorher so kleine Dungeons, da waren die immer drinnen. Oh, das ist ziemlich viel Wasser. Ich enden Müll mal ganz kurz das Inventar. Ach, kann ich mich jetzt sagen. Hörst du die Würmer kriechen? Siehst du den Rauch am Horizont? Siehst du die Bomben fliehen? Ah, du Arsch! Ich war direkt daneben! Alter Schwede! Alter! Siehst du die Bomben fliegen? Warum kann ich jetzt nicht mehr so sprengen? Weil du im Wasser bist. Ach! Nimm das so ein bisschen raus. Okay. Oh Mann, das hat eine saugeringe Reichweite. Das ist der normale Entdehack sogar besser. Ich werde dann außerdem... Jetzt, ähm... Wow! Willst du jetzt wirklich da noch weiterbuddeln? Wow, wir können auch woanders weitergehen, wenn du willst. Das hier ist irgendwie so... So, als würden gleich irgendwelche Spinnen hinter uns... So das? ...auftauchen. Mach ihn doch tot, danke. Haha. 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 Macht man dem Ding eigentlich auch Schaden? Nö. Haha. Dr. Bruch! Haha. Haha. Und das ganze Wasser ablassen. Da oben war noch irgendwas gewesen. Da oben kommt ein grüner Zombie. Das ist ein Zombie mit einem Schwert im Kopf. Der kommt aber nicht hoch. Wie? Au! Au. Shit. Da oben kommt eine Spinne. Machst du bitte für mich hier nochmal so eine Rope hin? Ja. Okay. Ah! Boah, das Wasser, das fließende Wasser, das sieht zwar übelst schön aus, aber das nervt ohne Ende. bour�elle. Da oben bin dr 이야기를. Und dann. Ah! Von nope, da oben kommen jetzt rein. Spannung. Vielen Dank.